hier ja auch hier der scheiß kult ausgewählt die position da oben können wir vergessen ich merke es gerade alter Du kommst erst das nächste Mal mit hoch. Du bleibst da oben. Wie beim letzten Mal. Ich muss aufpassen, was ich hier ausrüste, weil ich hab... Na egal. Weil ich wollte eigentlich eine Granate werfen. Und hab auch so ein Dynamit gelegt. Bereit? Aha. Wie es den nicht juckt. Boah, scheiß Zombies. Bleib doch einfach ein einziges Mal ruhig stehen. Ah, Feuerdellmann. Komm, ein paar Zombies von hinten. Ja. Oh, nein. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Alter. Au. Was zum... Wo? Jetzt stirb doch endlich. Ah, da kommst du grad. Wollt schon sagen. Ist aber mal gut hier. Stirb doch, Honk. Lange noch geliebt, der Sack. Bye. Bleib liegen. Ich muss das mal alles nachladen, was zum Nachladen geht. Hohohohohoho. Very, very nice. Und die nächste. Warum nur vier? Waren aber mehr. Weil ich nicht in der Gruppe war. Woh! Ida! gib mir oh oh wow wir haben einen Scharfschützen und ein paar Kamikaze ab und zu mal alter warum wollen sie mir nach ich muss ausweichen bei den ganzen Kamikazen renn einfach auf die zu ja ich muss auch nebenbei der Horde ausweichen ganz einfach an dem vorbei habe ich auch gerade die ganze Zeit gemacht ding so die Scharfschützen sind eigentlich schon down oder ja na gut da ach die letzte Kugel die 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 wirklich zum Versteck die scheiß Melodie von Thomas die Lokomotive im Kopf in der Scheiß Eisenbahn die in der Halle war die habe ich gar nicht mehr im Kopf die Melodie ich glaube das habe ich auch viel 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 zu selten angesehen das könnte man geguckt aha Arschloch einer down äh wo Arschloch nächste Arschloch meine Güte meine Güte hab ihn ok 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 jetzt hab verstanden ich wollte gerade sagen du stehst schon da bei einem Gastank warte mal kann ich oh shit siehst du wenn die hoch gehen ja wenn es halt rot leuchtet klar war hätte das sein können zumbi kill of the week vier von 20 naja zumbi kill of the week würde ich es jetzt nicht nennen so 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 krass schon sagen ob es keine muni für die anderen sachen gibt abends der fuhm habe ich also vorhin gesehen den ausgang ah ok ich habe jetzt ein ganz wieses gefühl dass achte schande skelette die solle ist bei den skeletten verdammt gut das macht zwar ein sturmgewehr ist soweit auch ja sturmgewehr ist bei mir auch die pistole die munition kann ich nicht mehr dafür sturmgewehr sparen bis später mhm doch komm bin ich halt euch scheißegal geht alle zu maikaf rüber mach dir nur mal wo position wechsel munition wechsel position wechsel nicht munition wechsel naja weiß muss von mein von mein vollmantel geschossen zu holspitz geschossen vollmantel gegen skelette bist du bescheuert oder was ja deswegen wollte ich auf holspitz umsteigen halt da wixer au ja ja ich kümmere mich um die mach du die klein bing 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 Jetzt war es so klar. Buch, ich dachte, das wärst du gewesen. Hey, deutscher Hauptbahnhof, Raketenwerfer, MGs. Geht bei dir eher, ja, bei dir geht ja eher die Post ab als bei mir. Jetzt kommst du auch so langsam mal bei mir vorbei. Oh, wow, 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 wow. Oh, das war knapp. Wow, Leute, verzieht euch. Wo ist denn der Feuerdämon bei dir? Wo ist denn der Feuerdämon? Keine Ahnung. Als ob beim... Ey. Boah. Achtung! Scheiße, vorbeigesammelt. Boah, bin ich gerade erschrocken. Ja, komm mal wieder da rüber. Na, Kamikaze. Au. Ja, ist scheißegal. Wir müssen da bei dir dringend aufräumen. Es ist nämlich noch ein Kommando dabei. Ach du, Schande. Ja. Ja, bei mir auch. Okay, das war's. Komm schon. Ja, super. Glaubst du aber nicht, dass wir das jetzt hier noch packen? Oh, stimmt, ich kann ja noch schießen. Ich dachte gerade schon. Ja. Ah. Nächstes Mal schnappst du dir den Raketenwerfer, der da ist. Ah, gut zu wissen. Ich würde sagen, dann mach mal kurz eine Aufnahmepause. Weil? Weil, ähm, bei mir hat sich gerade jemand gemeldet und ich kann mir schon denken, weswegen. Haber, haber und so. Damit's gestärkt hier in dieser Runde weitergeht. Wir können ja soweit in der Lobby drin bleiben. Dann können wir auf alle Fälle ein paar Minuten weitermachen, nachdem ich fertig hab, hab er gemacht habe. Ja, mach jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.